Hallo liebe MT4 und MT5 Nutzer. Die Programmiersprachen für MT4 und MT5 sind unterschiedlicher als viele Ahnen. Hier und heute eine noch relativ einfache Übersetzung vom MT4 Code zum MT5 Code. Egal ob sie es für Expert Advisors, EAs, Skripte oder Indikatoren verwenden. Und zwar geht es um die Funktion istTesting, eine bolische Funktion, die im mql4 prüft, ob der EA oder der Skript oder der Indikator im Test- oder im Live-Betrieb läuft. Wenn es im Test-Betrieb läuft, also im Strategie-Tester, gibt diese Funktion den Wert true zurück, im Live-Betrieb dagegen false. Und jetzt ist diese Funktion allerdings so nicht in mql5 verfügbar. Also was tun? Kann ich nicht verzagen, die Übersetzung ist nahe. Wir können im MT5 Code zwar nicht die bolische Funktion istTesting verwenden, aber die Integer-Funktion mqlInfoInteger mit dem Abfrage-Parameter mql-Tester. Und es sieht dann so aus, wie hier im Bild zu sehen im Blog, also die if mql-InfoInteger mql-Tester. Wenn das eine 1 zurückgibt, dann soll irgendwas getan werden, zum Beispiel eben einfach eine Print-Ausgabe EA im Test-Modus. Und wenn die 0 ausgegeben wird, dann ist der EA im Live-Betrieb oder Skript oder Indikator. Und das wird dann, zum Beispiel kann das eben in der Init-OnInit-Funktion verwendet werden oder natürlich auch irgendwo anders mit anderen Funktionalitäten hinterlegt. Ich hoffe, das hilft. Viele Grüße, Ihr EA-Programmierer Christoph Ensslin von Mindfulfx.